... ... ... ... ... Hallöchen Freunde. Willkommen Zu den Channel News Zur 19. Ausgabe der Channel News Heute am 2. November 2020 Ja, es ist mal wieder Montag Und die Channel News kommen mal wieder später als gedacht Erstmal, Halloween ist vorbei Ich hab die Kürbisse jetzt entsorgt Hier steht jetzt noch ein 3S Wir haben jetzt Da Mario Kart Moment mal, das ist das falsche Spiel Ich hab da noch, Moment, ich bin sofort wieder Weil ich in letzter Zeit so oft genervt werde Wann endlich denn dieses Spiel kommt Ich stelle mir das auch noch nie Guck mal, das sieht fantastisch aus hier Nee, halt Das sieht doch fantastisch aus Jetzt könnt ihr nicht mehr sagen Das Spiel, das kommt nie Denn es steht eh mal im Hintergrund So Also, was haben wir denn heute vor uns Es steht wieder so viel auf meinem Zettel drauf Aber heute werden wir mal wieder eine neue Ausgabe der Blitz Channel News machen Was ist in letzter Woche erstmal passiert Ein neues Projekt haben wir gestartet Wann denn, das hab ich gar nicht aufgeschrieben Ich glaub das war dienstags Und zwar The Park Und haben das auch gleich am Sonntag schon wieder beendet Waren nur drei Folgen Und ja, es war mal wieder ein Horrorprojekt Ja, ihr wisst es, es geht Auf das Jahresende zu Das ist überhaupt ein deutscher Satz Das heißt, es kommen wieder Horrorprojekte Ja, beziehungsweise sind ja schon die ganze Zeit welche da Dann, letzte Woche Mittwoch Ist tatsächlich noch ein neues Projekt gestartet Und zwar nämlich der Nachfolger Kann ich denn schon wieder nicht reden Der Nachfolger zum Mario Kart Betrug Nämlich Mario Kart Betrug Ja, wir werden also Jedes, wir werden in diesem Projekt Jedes Mario Kart Spiel Einmal anzocken Und Super Mario Kart Ich muss grad auf Ich muss grad überlegen Wie das Spiel heißt Hat letzte Woche den Anfang gemacht Diese Woche geht's natürlich auch weiter Dazu aber gleich Dann, am Samstag War Halloween Und natürlich kam da das Halloween Special raus Und ich Ganz ehrlich Ich saß Fünf Stunden vorher da Und hab mir überlegt Soll ich das wirklich hochladen? Soll ich das wirklich hochladen? Weil irgendwie Hab ich mir das Halloween Special Ein bisschen Besser vorgestellt Ihr habt alle geschrieben Oh, super Glanzleistung Äh, ja Fand ich jetzt persönlich nicht so Ganz ehrlich Muss ich auch sagen Als ich das aufgeschrieben hab Beziehungsweise als ich die Idee hab Hab ich nicht Ähm Mit einberechnet Wie ich das Ganze umsetzen soll Das ist mir dann Na gut Ich hätte das komplette Special Auch nochmal anders gestalten können Eigentlich hatte ich genug Zeit Denn ich hatte das bereits Verdammt Jetzt steht der Kalender schon auf November Jetzt kann ich es nicht mehr zeigen Aber ich saß schon vor vier Wochen Bestimmt Vor drei Wochen Bestimmt da Und das wird Fertig geschnitten oder so Keine Ahnung Irgendwie Mitte Oktober Hab ich das schon aufgenommen Ich glaub am 16 Am 13 Am 13. Oktober Ähm Ja auf jeden Fall Das Halloween Special Nächstes Jahr wird es hoffentlich besser Und dann kam noch ein Infovideo Ja Wobei ich bei diesem Infovideo eigentlich warten wollte Bis Heute Aber Da hab ich mir gedacht Ne das ist zu lange Äh In diesem Infovideo Falls ihr es nicht gesehen habt Hab ich einfach nur Äh Angesprochen Dass nur noch ein Video pro Tag kommt Weil ich Keine Zeit Jetzt hab ich eigentlich wieder genug Zeit Beziehungsweise Ich hab ja jetzt auch nicht mehr Ich hab diese ganzen Susanne Videos fertig geschnitten Ja Falls ihr euch fragt Hä Susanne Was für Susanne Hab ich was verpasst Ja Steht ihr sonst noch was Ne Also Kommen wir zu dieser Woche Im Halloween Special Habe ich ja angekündigt Oder ich sag ja schon seit den letzten 50 Wochen Hab ich ja bereits schon gesagt Dass im Halloween Special Am Ende des Halloween Specials Was angekündigt wird Was ihr sehnsüchtig erwartet Ähm Ein paar Leute haben das auch verabscheut Das hab ich auch heute in den Kommentaren bemerkt Bei dem ersten Susanne Video Aber äh Bei der Person wusste ich auch Dass sie das nicht mag Ja Also Ey hier riecht alles nur noch nach Orangen Meine Mutter hat irgendwie heute den ganzen Tag Komische Orangen irgendwie geschält Weil die ganz komisch sauer waren Hat die alle geschält Das waren 20 Stück oder so Ganz klein Und dann Mit Zucker Das hat irgendwie 5 Stunden gedauert Und jetzt riecht hier die ganze Wohnung Nach diesen kleinen Mandarinen Und ich hasse den Geruch Ich hasse ihn Ich hasse auch Ich hasse Mandarinen auch Weiß nicht wie man das essen kann Ähm Auf jeden Fall Susanne Süchtig nach Käse Staffel 5 Wobei es heißt gar nicht mehr Vielleicht habt ihr das bemerkt Die vorherigen 4 Staffeln Hießen alle Susanne Süchtig nach Käse Diese Staffel heißt nur noch Susanne Weil das eigentlich nichts mehr mit Süchtig nach Käse tun hat Ähm Es geht In Staffel 5 Also erstmal Das wird im Halloween Special Am Ende angekündigt In Form Das Susanne selbst da mitgemacht hat Und äh Das hat auch ein bisschen was mit der Story Von der 5. Staffel zu tun Denn ich kann ja mal so ein bisschen Was von der 5. Staffel ansprechen Äh Falls euch das nicht interessiert Könnt ihr einfach ein bisschen Äh Vorspulen Ihr seht ja hier unten Oder da unten Oder wo auch immer Jetzt gerade das Symbol ist Seht ihr ja Wann wir mit dem Wann wir mit dem Thema fertig sind Und wann nicht Also äh Wo fange ich da an Susanne Süchtig nach Käse Staffel 5 Bzw. Susanne Staffel 5 Ähm Im Halloween Special Hat man ja am Ende gesehen Dass Susanne Für das alles verantwortlich ist Was man im Halloween Special Gesehen hat Ja das heißt Die hat am Ende Auch diesen Clown hingestellt Ähm Und ist vor allem Nachts bei jemandem In der Wohnung Und es ist nicht Ihre Wohnung Das ist schon mal Der erste Punkt Den ihr euch merken könnt Äh Für die Staffel Denn Das Ganze Basiert nämlich Auf die dunkle Vergangenheit Von Susanne Ja Nachdem ja Nachdem ich Anfang Staffel 3 Mal einen Satz gebracht habe Der eigentlich nicht mal Im Äh Im Drehbuch stande Den ich einfach so aus Spaß Gesagt hab Ja Den ich Improvisativ Im Z-Wort überhaupt Gesagt hab Ähm Sie hat eine dunkle Vergangenheit Ja Der Mod Mutant Sagte zu Ramona Dass Susanne Eine dunkle Vergangenheit hat Ja Und da hab ich mir Endlich nichts weiter Bei gedacht Doch dann kamt ihr Und ihr habt Bis Vor ein paar Wochen Gefragt Ja was ist denn Endlich mit der dunklen Vergangenheit Werden wir die jemals sehen Und eigentlich war es Von Anfang an Nicht mal Ähm Geplant Dass da überhaupt Irgendwann erklärt wird Jetzt hab ich es allerdings Doch gemacht Ne Diese ganze Fünfte Staffel Basiert eigentlich Ja nicht nur Aber Sie Äh Basiert schon stark Auf die Vergangenheit Von allen Personen Die handeln Außer vielleicht von den Von den Polizisten Von Christoph Grissi Und Dietrich Alter Eber Da gibt's noch so eine Szene Mit dem Namen Ähm Auf jeden Fall Was kann ich sagen Sonst noch Ähm Falls ihr die erste Folge gesehen habt Werdet ihr wahrscheinlich Sehen Oder gesehen haben Dass es Von den Personen Immer gewisse Rückblenden gibt Beispielsweise in der ersten Folge Jetzt von Susanne Äh Wie sie vorher gelebt haben Bevor sie umgezogen sind Vielleicht muss ich das nochmal Ganz kurz erklären Mit der ganzen Umzugs Sache Ja Und zwar ist es nämlich so Dass Susanne Ach das kann ich doch nicht sagen Auf jeden Fall Diese Wohnung Die man in der Vergangenheit gesehen hat Ja Äh Das ist die Wohnung Wo sie zuerst gewohnt haben So Danach ziehen sie um Das erfährt man auch noch In der Staffel warum Äh Und dann folgen eigentlich Staffel 1, 2, 3, 4 Ja Da war Da sind sie ja dann umgezogen Da waren sie ja in Ganz anderen In einer ganz anderen Wohnung Ja eigentlich nicht Aber es ist halt ein anderes Zimmer Ja Ähm Ja und dann am Ende von Staffel 4 Vielleicht wisst ihr es noch Hat ja Susanne gesagt Dass sie wieder mal umziehen Damit sie das ganze Käse-Drama vergessen Und sie ziehen halt eben wieder zurück in ihre alte Wohnung Ähm Quasi diese Wohnung von der Vergangenheit Und deshalb ist das halt ein und dieselbe Wohnung Die man hier sieht Wenn Susanne auf der Couch da sitzt Und erzählt Douglas von ihren Rückblenden Und äh Dann halt die Rückblenden selber Das ist ja dann die gleiche Wohnung Die sind halt wieder zurück in die Wohnung gezogen Ähm So viel zu Blitz-Channel-News Wir sind schon wieder bei 10 Minuten Neun Minuten Ja Was kann ich noch zu der Staffel sagen Ähm Karoline Äh Man erfährt Was mit Karoline ist Wie sie auf diese ganzen Motten-Mutant-Sache gekommen ist Man erfährt die Vorgeschichte von Ramona Wie der Diamant von Ramona Ihr wisst es vielleicht noch Die Ramona hat ja bereits so ein Diamant Beziehungsweise beide Ja Die beiden Scheias Hatten ja zwei Diamante Bei Diamanten Zwei Diamante Genau Zwei Mandanten Ähm Aber Susanne hatte ja den einen von Ramona Und da erklärt sich auch Wie das zustande gekommen ist Die dunkle Vergangenheit von Susanne Die wird auch noch erklärt Dann noch so ein paar Nebensachen Ja Susanne im Käsemuseum oder sowas Oder beispielsweise auch Was mit dem Smorak Borak passiert ist Vielleicht wisst ihr noch wer das ist Das ist dieser Man hat ihn noch heute gesehen Ja Ähm Dieser Hexengehilfe Dieser kleine Gnom Sag ich einfach mal Ja Der halt immer so komisch redet Äh Der war ja sonst immer bei Ramona Ne Hat der geholfen Und am Ende war er ja Sozusagen halt Ja Befreit von Ramona Weil sie ist ja Äh Getötet worden Dadurch dass der andere Diamant Auch kaputt ist Äh Falls ihr das alles nicht kennt Dann fragt ihr euch sicherlich Was labert denn der da überhaupt Ich weiß gar nichts Dann schaut euch Susanne Sichtig nach Käse Staffel 1, 2, 3 Ja Und 5 an Es gibt eindeutig zu viele Ähm Ja auf jeden Fall erfährt man auch Was mit diesem Smorak passiert ist Das ist eigentlich Finde ich noch das Interessanteste eigentlich Am Ende gibt es natürlich auch noch was Ich will da nicht zu viel sagen Aber es Staffel 5 ist nicht die letzte Staffel Die man gesehen hat Am Ende kommt da so ein kleiner Cliffhanger Das Belebungsbuch kehrt zurück Mehr sag ich aber nichts Äh nicht Gut äh Ich kann auch sagen Susanne Staffel 5 Hat auch nur wieder 5 Folgen Ähm Und 3 davon kommt diese Woche Ja Nimm ich montags Donnerstags Und sonntags Ja Immer im 3 Tage Zyklus Um 16 Uhr Und die sollten wirklich um 16 Uhr kommen Nicht verspätet Weil die sind ja alle schon fertig Und es gibt auch In der letzten Folge Gibt es keinen Abspann tatsächlich Weil ich Ja ich war halt zu faul Einen zu machen Gut Dann äh sind wir damit jetzt endlich fertig Und äh es geht weiter Ich hab ja gesagt Jeden Tag kommt nur noch ein Video Und morgen Heute kamen 2 wegen den Channel News Morgen Kommt ein neues Projekt Und zwar Das nächste Äh Horrorprojekt Und zwar Little Nightmares Ja Bald kommt ja auch der zweite Teil Aber ich glaub erst im Februar Oder März Oder war das ein anderes Spiel Ne ich glaub das war das schon Da kommt auf jeden Fall der zweite Teil raus Wenn wir sicher noch irgendwann spielen Äh jetzt steht auf jeden Fall Erstmal der erste Teil an Der soll auch nicht ganz so lang sein Ich schätze mal so 4 bis 6 Parts So wie bei Outlast Whistleblower Auch ein relativ kurzes Spiel Also das startet morgen Und ich hoffe nicht mehr 30 Minuten Sondern noch 25 oder so Mittwoch natürlich Mario Kart Betrug Äh dieses Mal Mario Kart 64 Am Donnerstag Dann wieder Susanne Das ist der Käse Freitag Zelda Link to the path Es kommt endlich wieder Wir müssen es beenden Samstag wieder Little Nightmares Und äh Sonntags wieder Immer wieder sonntags Ne Hier äh Susanne Staffel 5 Livestream am Freitag Äh Ich hab euch beim letzten Mal gefragt Was ihr denn sehen wollt Der äh Den Thief Simulator Oder Pokémon Tatsächlich habt ihr euch Für Pokémon entschieden Äh Das bringe ich allerdings Dann diese Woche doch nicht Weil ich hab den Thief Simulator Ich hab den nicht mehr Unterbringen Äh kriegen können Und ich muss den irgendwie Ich hab so viele Projekte Die ich Ich kann nicht wieder Projekte Abbrechen Ich muss die mal irgendwie beenden Ich hab so wenig Ich hab so viele Projekte Auf einmal am Laufen Schon wieder Deshalb ähm Thief Simulator Deshalb kommt der dann Am Freitag Falls der Livestream überhaupt kommt Ich will gar nichts mehr Versprechen mit dem Livestream Kommen wir zum Kommentar der Woche Der stammt dieses Mal wieder Vom Paperagent Und zwar äh Bei den Channel News Letztes Mal glaube ich Ne Und zwar äh Bei Strolli Wohnen glaube ich die Geister Wegen der Lichterkette Im Hintergrund Weil die andauernd runterfällt Die haben wohl was Gegen die Lichterkette Ich muss ganz ehrlich sagen Die Lichterkette Die ist immer noch da Und die stört mich nachts Immer noch Die fällt nachts Immer noch rund Rund Genau die fällt rund Ähm Allerdings hab ich die gestern Speziell festgeklebt Beim Sekundenkleber Ich weiß nicht Ob man nicht sehen kann Ne kann man nicht Ich kann jetzt auch leider Die Cam nicht mitnehmen Weil das ist die ganz normale Facecam Mit der ich da gerade aufnehme Und ihr wisst ja Falls ihr jetzt schon länger Auf dem Kanal seid Wisst ihr was mit der Facecam So besonders ist Beispielsweise Dann steht das alles ab Ähm Ich hab mir das halbweise Mit Sekundenkleber Am Dings Am Schrank Festgeklebt Wenn es jetzt immer noch runterfällt Dann weiß ich es auch nicht Hoffen einfach mal So Kommen wir dann noch Zur Kanalempfehlung Ja und zwar ist es Dieses mal Der Mega Mario Vielleicht kennt ihr ihn noch Er ist auch schon Sehr lange Das war Ich weiß nicht Ob er mich immer noch abonniert hat Oder nicht Ich glaub tatsächlich schon Ich bin letztens mal Ähm Die Abo-Liste durchgegangen Ja Und dann hab ich Den denke ich mal Das ist jetzt schon Ein, zwei Monate her Ich weiß nicht mehr ganz genau Aber ich glaub ich hab den da auch noch gesehen Ich hab da so viele gesehen Die ich mittlerweile schon Gar nicht mehr auf dem Kanal sehe Ähm Die ich aber immer noch kenne Und beispielsweise Äh Der Mega Mario Der steht da auch noch dabei Ja der Mega Mario Dürft ihr gerne mal vorbeischauen Natürlich Link wieder In der Videobeschreibung Ist in letzter Zeit Etwas Äh Inaktiv Dafür aber Ich glaube Auf Twitch sehr aktiv Das heißt ihr dürft gerne mal Auf seinem Twitch Kanal vorbeischauen Vorbeischauen Der ähm Macht eigentlich auch Alles rund um Nintendo Äh Hauptsächlich natürlich Mario Und auch Mario Maker 2 Ähm Hat auch schon Des öfteren Meine Level gespielt Ja Beispielsweise Von Super Strolli Bros 3 Oder von Wie heißt das andere Super Mario Story of the Koopas Ja meine Mario Maker 2 Äh Spiele hier Man kennt sie Die kennt man eigentlich Nicht Die sind relativ unbekannt Äh Auf jeden Fall Falls ihr sehr Nintendo begeistert Beziehungsweise Mario Begeistert seid Dürft ihr gerne mal Da vorbeischauen Und ihm auch Ein kostenloses Abo Da lassen Und das war's Jetzt endlich mal Nach schon wieder 16 Minuten Möchte ich mich jetzt endlich mal Ähm Erstmal wieder bedanken Dass ihr zugeschaut habt Tatsächlich die Channel News Ich weiß nicht warum die Channel News So Beliebt Auf meinem Kanal sind Weil irgendwie werden die Öfter geklickt Als manche Let's Plays Oder auch die Infovideos Die werden auch Ich glaube ich mache einfach Jeden Tag nur noch ein Infovideo Das nenne ich einfach Das war's Das Ende ist nah Erstmal schön Clickbait machen Und dann läuft das auch Ja Übrigens Was ich auch nur Noch ganz kurz Wirklich ganz kurz Ansprechen will Ähm Ihr sagt mir so oft Ja Mensch Dein Kanal Du hättest viel mehr Abos verdient Du musst mal ein bisschen Werbung machen Also nicht Werbung schalten Sondern wirklich Werbung machen Für deinen Kanal Da sag ich immer den Personen Ja Mensch Leute Ich kann doch nicht Selbst Werbung machen Für meinen Kanal Das müsst Mensch und dann ihr machen Ja Beispielsweise Ähm Was weiß ich Das klingt jetzt immer So ein bisschen blöd Wenn dann der YouTuber Einen auffordert Werbung für einen zu machen Deshalb mache ich das Einfach nicht Und selbst wenn der YouTuber Dann schon selbst Werbung Bei anderen Eigenwerbung quasi Bei anderen verbreitet Das ist dann nicht gut Und dann regen mich immer Diese Leute auf Die sagen Ja du musst mal ein bisschen Mehr Werbung für dich machen Dann läuft das auch Ja Mensch Ich kann doch keine Werbung Für mich selber machen Das denken doch alle Ich bin geisteskrank im Kopf Ich sag denen dann immer Ja das muss meine Community machen Ja Halt Verbreitet mich Verbreitet mich Überall So äh Das habt ihr nicht von mir gehört Dankt äh Dem lieben äh Kevin S Aus dem Saarland Ne der Kevin Stürmer Man kennt ihn ja von Strolli So den YouTube Beispielsweise Mit seinen Mini Weckern Der äh Ist so ein ganz besonderer Kandidat Der mir das immer Persönlich sagt Und ich sag ihm dann Immer das gleiche zurück Dann mach du doch Werbung Wenn er unbedingt Werbung Für mich machen willst Und äh Haben willst Privat PriBoss Moment Wie geht der Satz nochmal Dobre Aber doch schon Ich kann das immer Tschüss